Hä, was ist das? Oh! Ah! Ja! Hallo! Oh, fuck! Hallo! Was passiert, wenn man... Oh, Glück. Okay. Wie kommen wir zurück? Ah! Hat uns nur 150 gekostet. Da muss man nicht um die Erträge reden. Ja. Abgestürzt du, Don. What the fuck? Wir müssen nochmal... Einer von uns muss nochmal... Ne, wir machen mal alles weg. Das ist zu weit oben gespawrt, das sieht mich nicht. Ah! Ah! Auf dich! Ach, nö. Wir hätten jetzt noch 656. Wir könnten uns wieder irgendeinen Scheiß kaufen oder einen besseren Planeten. Warum haben wir einen Goldfisch? Den hab ich gekauft. Irgendeinen Scheiß, so viel dazu. Ich nenn den Goldfisch. Ich nenn den Goldfisch. Lebst du noch? Ne Spinne! Schlimmer als ne Spinne. Warte mal, lebst du noch? Warte mal. Das hast du gar nicht gesagt, ne? Das war der. Du bist schon tot, oder? Scheiße! Ich hab überhaupt gar keinen Bock auf die Coinhead, ja? Sicherheit spielen. Ihr dummen Kleid-Hexpiecher! Ich wär da fast runtergegangen. Achtung, Gegner! Ach du auch! Ach du Scheiße! Und die Brücke wird sowas noch einstürzen, oder? Ja! 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 Und da liegt aber noch was, oder? Ah, das sind die Dinger, die explodieren können. Äh... Ja! Es war ein Unfall! Warum steht ihr das so awkward? Hallo? Oh fuck! Ich hab einen Glock in meinem Raum! 17... Wunder! Teleporter! Bring mir Glück! Warte! Warte! W- Was? Ich wurde in einem Raum teleportiert und beide Türen sind geschlossen? Ehrlich? Ich bin nicht mehr alleine. Okay, und jetzt sind wir rein? Ah! Wow, 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 wow! Fick dich! Oh Gott! Im Himmel! Sie können Treppen laufen? Ja! Oh, wer kommt da nicht durch? Äh... Viele böse Gegner um mich herum. Fuck! Und sonst ist nix? Bisher... Ich komm jetzt wieder hoch. Ach so, ich dachte, weil wir beide gestorben sind, ist jetzt ganz von vorne los. Ne, ne, wir haben... Äh, Moment. Was? Hast du gerade was gesagt? Nur der Sinn-Foyer, was ist... Ah, lol! Irgendwas Böses kommt auf mich zu, glaub ich. Lauf! Wie sieht's aus? Miserabel. What the f... Hier ist was! Oh, das ist jetzt... das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hö! Ah! 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 Soll ich mal aufmachen? Nein! Nicht sterben! Oh! Oh! Ich erschrocken! Oh Gott! Im Himmel! Drei Butler! WTF?! 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 Nein! Nicht der Wurm! Oh! 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 Ohohoho! Ich spring jetzt da rüber! Ich... Oh! Ohohoho! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ich versuche ein bisschen was rauszuholen, ja? Hä? Was machst du jetzt, hä? Oh! Der kommt rüber! Pff! Ahaha! Nein! Ich habe hier keinen Platz mehr! Geh! Geh! Ach shit! Geh! Ja! Ja? Ja! Oh! Ja!